Guten Tag, okay. Wir sind schon wieder zu spät, Digga. Hallo, ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Heute erzähl ich euch eine Geschichte von einem Patrioten namens Jakob und Sankt Vollmaschine. Zwei unwahrscheinliche Freunde, die sich noch nie getroffen haben. Und trotz dessen sich auch eine lange Reise gewagt haben. Von Temperaturen wie aus der Arktik bis durch die Wüste bis zum Meer. Alles mit der Kraft von Freundschaft. Das ist das Märchen vom Doppelbizeps aus dem Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Okay, da hat man alles gut. Ja, man. Erstmal, das ist gut. Ja, immer noch am Frühstück. Ey, hast du ein paar Socken für mich? Ja, bro, come on. Ich habe extra noch mal welche gekauft. Die habe ich gewagt, dass du keine Socken hast. Guck mal, was wir brauchen. Oh, Mist, Digga. Tschüss, Digga. Let's go. Wir gehen jetzt trainieren. Und jump in the car, let's go. Jakob sieht genauso aus wie alle, die ich immer gefürchtet habe in meiner professionellen Karriere. Ja, wir sind hier bei dem Gym, wo die IPP-Jungs trainieren. Das ist das Gym von Charles Bentley, legendärer Coach und Trainer und Spieler selber auch. Und Christine macht da drüben schon den Twitch-Stream. Wir fangen jetzt mit meinem Warm-Up an. Wir müssen ja auch noch selber in Shape bleiben. Du rutsst ja gestern beim Gritty-Kanzer nicht, oder? Und dein Coach war ein bisschen sauer, weißt? Nein, da war er nicht. Sau war er nicht? Nein, der war nicht sauer. Der hat dich so ein bisschen beim Hals so gepackt oder so weggezogen. Aber auf einmal warst du weg. Die Leute lieben dir den Gritty. Die Leute lieben den Gritty. Cap. Hey, die müssen alle in Gritty lernen, for real. Die Deutschen dürfen nicht mehr in Gritty machen, von der Zeit. Du musst du die lesen, bevor ich in Gritty lernen. They really look at everything you do. The second you step in the facility, how do you talk to people? How do you take notes? They look at everything. I want to do this. If you can think of a way where you can use me, you know what I'm saying, I'll be there. So then by the time that they actually had me in the depth trials, they actually gave me reps and practice. I already knew what to do. And I knew what to do better than some of the guys that got drafted. They had guys that got drafted, but they're sitting in these meetings, they're tired, they're not really taking notes, you know. So then we go out there, it's OTAs in there, they'll put up, you know. And those are the moments where you can jump ahead of guys if they, because they'll get mad. You'll be like, Johnson, Willis, get out, you know what I'm saying. They see you standing there, there's some that come on in, right. Hallo und herzlich willkommen zu Proteinshakes mit der Follmaschine. Heute machen wir einen Proteinshake für Jakob Johnson, weil wir hatten gerade ein richtig gutes Workout. Er hat gesagt, Kasim, mach mir mal bitte was klar. Jakob hat gesagt, er hätte gerne einen Schokoladenshake, aber es ist ein bisschen langweilig. Ich habe hier Orange Creamsicle, Keks oder sowas. Und dann haben wir hier noch Cocoa Puffs und wir machen jetzt Cocoa Puffs, Banane und Cherries. So ein bisschen so Cherry Chocolate, ein bisschen Banane rein, dass es süß ist. Haferflocken in die Kohlenhydrate reinzukommen und dann habe ich noch ein bisschen von meinem leckeren Chocolate Chip Cookie Dough, Erdnussbutter oder so. Egal, er braucht gesunde Fette, weil guck ihn dir an, Kamera, BAM, Maschine, also wir fangen an, Banane, ein bisschen Cherries rein, let's go. Nice, ein bisschen Eis rein, also ich habe hier ein bisschen noch abgefüllt, weil ich habe ganz vergessen Protein reinzupacken. Also machen wir schöne zwei Scoops hier rein, dass wir auch ungefähr 55 Gramm Protein hier in diesem Shake haben. Nice. BAM, Maschine Special. Wir sind jetzt bei Exos in Arizona. Ich habe hier für vier, fünf Jahre lang in der Offseason trainiert, mich auf die Saison vorbereitet. Die jüngsten Mädels hier waren so nett. Ich habe die angerufen und gesagt, ey, kann ich vorbeikommen? Ein bisschen MTV Cribs Style, zeigen, wie das in einer Top Facility aussieht. Also wir gehen gleich rein. Ganz viele Draft Prospects sind hier. Also wir sehen gleich ganz viele College Spieler. Natürlich auch die NFL-Gruppe ist da, aber der Combine ist ja auch ein paar Wochen. Deswegen werden die heute sehen, wie sie hier durchdrehen. Die NFL-Jungs, Baseball-Jungs, ist echt alles drin, aber... Dope. Ziemlich große Facility hier. Ich war hier selber noch nie am Trainieren. Aber es ist auf jeden Fall ein Spot, den ich mir mal anschauen sollte in der Offseason. Das ist das Beste am Workout. Das heißt, du hast hier 20 Jungs, die einfach in der ersten Runde gedraftet werden wollen. Und jeder hat diese Energie, diesen Ehrgeiz. Und jeder will jeden besiegen. Jeder will jeden einen Top. Alright. Es ist gerade mit dem Checkout fertig geworden. Wir holen Kasima. Und dann geht diese Show on the Road. Wir sind endlich auf dem Weg nach L.A. Road Trip! Road Trip! Road Trip! Endlich, Mann! 6 Stunden Fahrt! Here we are! Wir haben gerade gegessen. Bisschen im Hotel gechillt. Was machen wir jetzt? Das ist hier. Ganz ehrlich, Mann. Ich bin ein bisschen müde. Die Fahrt. Das zeigt der gar nicht! Action, Jackson! Let's go! Wir sind in Los Angeles. Halt den, Mann! Björn, auf deine Nacken heute. Aber jetzt noch mal romantisch. Ich hoffe mit dem Bizeps, mit dem Riesenrad. Okay, wir können jetzt weggehen. Bei Colossus ist jeder Achterbahn der Welt. Das ist bisher das Schlimmste. Aber ich sehe, ich sehe diese Schrauben. Langer Tag. Wir waren gerade am Strand spazieren. Wir waren im Reiserad. Und jetzt sind wir echt, ich muss sagen, ich bin ein bisschen fertig. Jetzt schlafen wir erstmal 7, 8 Stunden. Und dann geht's gleich ins Gym. It's Gym! Auf Wiedersehen! Nein, heute ist ja Tag 4. Wir fahren jetzt zum Real Gym. Der Tagesplan nach dem Gym. Gehen wir duschen. Duschen. Okay, und dann treffen wir uns mit Sam Brown Brothers. Genau. Bitte, zeig seine Designertasche wieder. Zeig mal deine Tasche. Warte, warte. Boom! Und hier. Aldi-Tüte. Wisst ihr Bescheid? Oh mein Gott! Du weißt, wer in der NFL ist und wer zu Hause. Oh mein Gott! Alles bezahlt, wie es geht! Wir sind schon wieder zu spät. Wir müssen jetzt für den Brothers. Let's go! Sorry for the week, man. Sorry for the week, guys. Sorry for the week, guys. CGT! Ich dachte, ich hab's late, man. Aber wie war die Transition für dich? Von College? Und ich mein, USC ist schon Big Time College. Ja. Aber dann von UC auf den PS? Ich war nicht zu schwer, würde ich sagen. Einfach Playbook war ein bisschen mehr. Bei College hatten wir Air Raid Offense. Also sehr, sehr simpel. Wir hatten so 20 Plays, aber einfach andere Formations. Und dann bei den Lions hatten wir Tausende von Formations, Tausende von Motions, alles. Also Playbook war ein bisschen schwer, aber ich mein, danach ich hatte Rookie Minicamp. Und dann danach Trainingcamp. Wie war das in Boston? Ich muss ehrlich sagen, Leute denken immer, dass die Patriots in Boston sind. Aber die sind eigentlich in Foxboro. Das ist ungefähr eine Stunde südlich von Boston. In Foxboro, da ist nichts. Die Jungs, die am unteren Ende von Boston sind. Wir waren die ganze Zeit da. Wir haben eine Garage eingerichtet mit ganz vielen Gewichten, Dumbbells. Und wir waren einfach nur am trainieren. Meatheads. Meatheads. Hey, Meatheads, Bro. Meatheads. Boston ist Mission. Ich war... Ich war... Ich war... Ich war... Wann war dir das letzte Mal in Deutschland? Vor zwei Jahren. Vor zwei Jahren? Ich? Liebe Gehraus an alle Zuschauer. Ich küsse eure Augen. Ich habe euch gar nicht gesehen. Heute. Wieder ein komplett strammer Tag. Jakobs Freundin ist angekommen. Das heißt, ich wollte sie gestern Abend alleine lassen. Ja. Dann bin ich zu meiner Schwester gefahren. Sie sagt, ich wohne in Compton. Dann bin ich nach Compton einfach gefahren. War am Mitternacht da. War gut, oder? War gut. Ich habe meine Nichten gesehen. Dann direkt ins Gym gefahren. Ich habe nach Jakob gesucht. Oh, Andrew Speed ist da. Peace! Yeah! Okay, auf jeden Fall. Wir sind jetzt hier im Convention Center. Und guck mal. Hier seht ihr schon. Der komplette Medienbereich kann starten. Das Wichtigste, was ich gerade gehört habe. Coach Sean Payton ist hier. Das ist das Erste, was gesagt wurde. Hast du Coach Sean Payton gesehen? Ich so, Digga, sag es mir nicht. Das heißt, ich gucke, wo Sean ist. Jakob hat tausend Interviews gehabt. Wir sind gerade an Pat McAfee vorbei. Er... Guten Tag, okay? Die NFL-Fans in Deutschland sind so großartig. Sie sind elektrisch. Sie sind laut. Sie sind passionate. Ein Spiel kommt nach Deutschland. Ich meine, ich bin sehr, sehr glücklich für das. Aber Björn Werner muss relaxen, okay? Ich habe nichts, aber Liebe für ihn. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Ich weiß nicht, ob ich das richtig gemacht habe. Ich weiß nicht, wer es küsst und was. Aber ich weiß, dass ich dich liebe. Okay? Hab einen guten Tag. Cheers, bye. Kuss aufs Auge gemacht. Das war von mir. Erzähl du. Genau. NFL Media Day beim Super Bowl ist immer eine Chance für die ganzen Medien, die mit Sport zu tun haben, die mit Football zu tun haben, alle Football-Talente vor die Flinte zu kriegen, um mit ihnen zu reden. Das heißt, ich war hier im Radio, ich war bei Podcasts, etc. Das läuft hier den ganzen Tag. Normalerweise sogar noch größer als heute hier. Aber wegen Corona ist es ein bisschen smaller geworden dieses Jahr. Aber ja, wir schauen uns mal auf. Hey, ihr wisst. 5,7,6! 5,9,5! Ich glaube, ganz ehrlich, das einzige, was zählt, ist Bizax. Das war's. Ich habe mich noch nie in meinem Leben so schnell wie Björn gefühlt, aber wie viel stand es an ihm? Bro, 40 Yard Dash ging an dich, Offskill Kurs ging an mich, Vertical ging an dich, Welfen ging an dich, Tackling ging an mich. Ich habe mich verpasst, in der NFL immer rüber gesprungen. Benchpress war ein TIE, das heißt mit einer Challenge mehr. Sieg ein Kassier und verdient. Respekt. Aber dafür bist du jetzt mein Zehnfester Freund. Yes! Yes! Hey! Ich habe derbe Achsel Schweiß, deswegen muss ich kurz ein bisschen Deo klar machen. So, wir sind jetzt hier im Restaurant mit den ganzen Avengers und ich bin gerade richtig aufgeregt, weil... meine besten Freundin! Hey! Jetzt wird die Gäste, wir wünscht Spaß haben. Also, guckt uns beim Essen zu. Und dann bin ich nicht! Keine Frage! Ja! Dann möchte ich mich auch nochmal persönlich bei allen bedanken. Wir haben so viele Baller hier von überall. Und ich meine, das bedeutet mir sehr viel, weil ich habe das in der Vergangenheit noch nie so gehabt. Wir haben die nächste Generation, die Generation die jetzt am Start ist. O.G. 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 Ja, die Generation, du bist gerade in der Mitte, Digger. Aber... O.G. 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 Wir sind hier bei der Autogrammstunde mit den ganzen deutschsprachigen Spielern in Santa Monica Beach. Wir haben Marc hier, wir haben die St. Braunbos hier, wir haben Dominik Eberle hier und Sandro Platzkummer. Und jetzt gibt es zwei Unterschriften. Alright, wir sind jetzt auf dem Weg zum Super Bowl Venue. Wir sind auf dem Weg zum SoFi Stadium. Ich hoffe, wir finden Kasim dort irgendwo. Und dann geht es auf zum Super Bowl. Alright, wir sind auf dem Weg zum Stadion. Wir sind hier beim Players' Tailgate. Gerade auf der Bühne ist Fred Warner zusammen mit Sage Steel. Danach gehen wir Kasim suchen. Und dann sind wir hoffentlich beim Super Bowl im Broadcast ready mit Kasim, Marc und den zwei braunen Jungs. Wird super. Wir singen, D. Wir singen, D. und wir singen. Das war. Wir sind jetzt hier auf dem Weg zum Bühneer. Wir singen. Ja, aber keine Sorge, es gibt auch ein anderes. Ich hoffe, ich hat's, ich hoffe, ich hoffe, euch hat's heute gefallen. Ich hoffe, ihr könnt es wieder nochmal machen. Danke, dass ihr dabei wart. Und wie immer so schön sagt. Weil sie nicht gestorben sind. Wir leben sie noch heute. Danke.